Ja, hallo, herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr zu einer weiteren Begleitveranstaltung im Rahmenprogramm unserer aktuellen Sonderausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser. Mein Name ist Michael Kinzer, ich bin Kurator der Ausstellung und eigentlich wollten wir hier an diesem Wochenende die Finissage zelebrieren, also den Abschluss der Ausstellungslaufzeit mit einer Doppelveranstaltung mit zwei Vorstellungen von 20.000 Meilen unter dem Meer, der vielleicht bekanntesten Unterwassergeschichte in Literatur und Film mit zwei verschiedenen Filmversionen heute und morgen. Nun wurde die Ausstellung verlängert, das heißt, es ist nicht der Abschluss heute, es ist einfach ein schönes Wochenende mit tollen Gästen und zwei davon darf ich hier begrüßen, Dr. Saskia Briggs und Dr. James Taylor vom Senckenberg-Institut. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vom Senckenberg-Institut nicht hier aus dem Museum direkt in Frankfurt, sondern direkt von der Küste, von Hamburg, von Wilhelmshaven, Senckenberg am Meer als sozusagen Unterbereich vom Senckenberg-Institut. Und wir kooperieren ja mit Senckenberg und beleuchten das Thema unter Wasser interdisziplinär. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz nett, einmal zu erfahren vor dem Hintergrund dieser fantastischen Expedition, die wir in dem Film sehen, wie denn so eine Forschungsreise heute eigentlich überhaupt in echt abläuft. Vielleicht könnt ihr das mal kurz beschreiben. Was sind das für Forschungsreisen, die ihr macht? Und wo geht es da genau hin? Was ist das Forschungsanliegen? Ja, erstmal guten Abend an alle hier im Saal. Vielen Dank für das Interesse. Und auch Michael, danke für die Einführung. Moderne Forschungsreisen haben schon etwas gemeinsam mit dem, was da heute im Film zu sehen ist. Also sie werden auch Gläser sehen mit Tieren, eingelegten Tieren. So diese ganz klassischen Vorstellungen, die können wir heute immer noch so ein bisschen abdecken mit dem, was wir sammeln. Aber es ist natürlich eine andere Welt. Also mittlerweile sind Forschungsschiffe modern ausgestattet. Wir haben Unterwasserroboter, mit denen wir in die Tiefen hinabtauchen können. Denn James war gerade an Bord der Sonne, jetzt wieder für zwei Monate und hat auch den Unterwasserroboter über den Meeresboden in 5000 Meter Tiefe geflogen. Also man fährt den nicht, man fliegt ihn im Wasser. Also das sind sehr spezielle Herausforderungen. Und auch da 5000 Meter hoher Druck, hohe Tiefe, kein Licht. Wenn man da runterfährt in die Tiefsee, ab 200 Metern hört das Licht auf, dann wird es immer kälter. Ganz unten hat man so ungefähr so zwei Grad. Bei zehn Metern ein Bar Wasserdruck, kann man sich vorstellen, wie hoch der Druck ganz unten ist, wie stabil die Geräte arbeiten müssen. Und es ist ein sehr hoher logistischer Aufwand. Also mal eben rausfahren ist nicht. Sondern man muss zwei Jahre vorher anfangen zu planen. Man braucht Containerequipment. Man bekommt dann die Zeit auf dem Schiff. Die wird einem zugeteilt. Da darf man sich auch nicht aussuchen, wann man fahren will. Sondern dann wird gesagt, den Zeitraum ist das Schiff gerade an dem und dem Hafen. Das passt zu eurem Forschungsgebiet. Den Zeitraum bekommt ihr. Und da muss man zusehen, dass man alle seine Sachen, die Laborausstattung, alles, was man so braucht, auf das Schiff bekommt. Mit Containern, mit Kisten, die gepackt werden. Ja, und wenn man dann unterwegs ist auf seiner schwimmenden Insel für, sagen wir mal jetzt bei der Sonne, eine Standzeit von 54 Tagen, dann kann man auch nicht zwischendurch einkaufen. Also was man dann nicht dabei hat, das hat man nicht dabei. Und da muss man kreativ werden. Und das Ganze eben auch noch in dem Zusammenspiel Mannschaft, Wissenschaft, Kapitän, Nautiker. Also der Kapitän Nemo als Person in dem Film heute Abend ist schon sehr, sehr wichtig. Aber der Kapitän heute, der macht auch Service für die Wissenschaft. Aber was genau erforscht ihr da? Oder was waren zum Beispiel eure letzten Forschungsreisen, die ihr gemacht habt? Und wo wart ihr da, James? Ja, ich habe Saskia gesagt, ich war da für die letzten paar Monaten. Ich war in der Mitte von den Pacific Ocean. Und das war Tiefseeknödel. Von Garnknollen. Von Garnknollen, ja. Und ja, wir gucken von Ecology-Perspektiv, ob Mining, welche Effekte Mining hat auf den Tieren da unten. Und das ist ein länger, ein Long-Term-Projekt. Und ja, die gehen zurück, jede paar Jahre. Und das ist geplant für 30 Jahre. Aber das ist immer ein neues. Wir haben eine Area in der deutschen CCZ und in Belgien CCZ. Und beides hat eine Referenzzeit, weil alles war gelöst. Und das ist natural. Denn das Tier bleibt da und es hat keinen Effekt auf ihn. Und dann einer hat ein bisschen Mining probiert. Und dann können wir sehen, wie die Tieren kommen zurück, wie lange sie bleiben, sie möchten oder ob sie kommen zurück. Das könnte eine totale Katastrophe sein. Diese Mangeniskürten sind, ja, kleine Inseln in den See. Und wenn sie sind weg, meistens die vorne sind weg. Und ihr seid aber immer auf dem Wasser. Ihr seid niemals unter Wasser. Oder taucht ihr auch jemals selbst ab? Ich weiß, dass ihr beide auch Scuba-Diving-Erfahrungen habt. Ihr seid immer am Bord des Schiffes. Ja, so tief können wir gar nicht tauchen. Also unser Arbeitsgebiet ist die Tiefsee. Und das ist halt, je nachdem, wie man sie definiert, definitiv unter 200 Metern Wassertiefe. Und da muss man entweder schon sehr, sehr guter Apnoe-Taucher sein oder mit speziellen Tauchgeräten ausgerüstet. Das schaffen wir gar nicht. Also um dahin zu kommen, wo wir forschen, benötigen wir Gerät, benötigen wir Robotik. Und ja, selber natürlich in Küstenregionen. Also natürlich Urlaub, Tauchen gehen. Mich zieht es immer wieder ans Meer. Aber na gut, jetzt für die Arbeit und das Arbeitsgebiet ist es dann doch ein bisschen zu tief. Ja, und da ist natürlich unter Wasser Submersibles, das kann untergehen, wie James Cameron. Er war unten in Mariana Trench. Und dieser, ich vergesse den Namen, aber dieser Billionär auf England, das hat den Five Deep Challenge gemacht. Jamie Allison. Ja, er hat den tiefsten Punkt in jedem Ozean. Er war mit uns. Aber bei uns, ja, in Deutschland war einer. Das war Yago. Aber das ist retired jetzt. Und wir bleiben bei der ROV. Ja, wobei Yago auch eine Wassertiefe von 500 Metern hatte. Also schon unterhalb der Zone, wo das Licht eindringt. Aber 500 Meter ist auch da, wo Kaltwasserkorallen wachsen. Das ist auch ein Arbeitsfeld von uns. Das sind so 600 bis 1200 Metern, wo wir mit Kaltwasserkorallen arbeiten, dann im Nordatlantik oder rund um Island. Das ist auch noch ein Themenfeld neben den Manganknollen. Und ja, da machen wir Grundlagenforschung. Im Prinzip gucken wir dahin, wo noch nie zuvor jemand hingeguckt hat und beschreiben, was da wohnt oder wer da wohnt. Tatsächlich liest sich ja der Roman 20.000 Meilen unter dem Meer wie ein Forschungsbericht von einer solchen Expedition in vielen Teilen. Ich war überrascht, es ist nicht wirklich ein fesselnder Abenteuerroman, wo eine spektakuläre Geschichte der nächsten folgt, sondern es gilt als enzyklopädischer Roman, der auch eine gewisse Bildungsbürgerschicht angesprochen hat, die was dabei lernen konnte. Es wird über Seiten hinweg werden ozeanografische Details aufgelistet, Spezies in lateinischen Begriffen und auch festgehalten von den Professoren an Bord. Und ich denke mir, dass das natürlich auch sehr interessant ist für einen Vermeeresbiologen, das zu lesen, diese Begriffe auch zu lesen, die man kennt, die unser einst vielleicht nicht kennt. Habt ihr den Roman jemals gelesen? Ja. Ja, aber wenn wir irgendwo hinfahren, dann ist das wirklich, wir sind so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise in der Tiefsee. Wir fahren dahin, wo noch nie zuvor jemand hingeguckt hat und dann den Tieren einen Namen zu geben, wenn noch nie jemand sie gesehen hat, das ist im Prinzip auch unser Job. Also was wir dort unten finden, das dürfen wir benennen und im Prinzip sind wir dann diese Professorin zwar nicht mehr so im Anzug und Frack, sondern dann mit Gummistiefeln und regenfester Kleidung bei Wind und Wetter, die ja wirklich dann das, was dort unten wohnt, beschreibt und eben den Namen gibt, weil man nur das dann am Ende schützen kann, was man namentlich kennt. Also wenn niemand weiß, dass da unten Tier XY wohnt und niemand der Art einen Namen gibt, dann kann sie auch niemand schützen, weil dann landet sie nie auf einer roten Liste, dann greifen diese ganzen Formalia nicht. Deswegen diese Grundlagenforschung. Aber hat euch der Roman oder vielleicht ein anderer oder eine andere Abenteuergeschichte, ein anderer Film vielleicht auch ein Stück weit dazu inspiriert, Meeresbiologie zu studieren und euch mit diesem Thema zu beschäftigen? James, you can also answer in English. Ja, sure. Für mich war es ein sehr, einer meiner früheren Filme, die ich erinnere, war Free Willy. Und das ist wahrscheinlich quite the same für viele Menschen hier. Und ja, die Idee, dass die Ozean ein free, powerful places und wir sollten gehen, es ist immer ein Kommen. Und die Extrems, sogar mehr so, die Deep, die Polar, die Hygothermalen, die Allerwege, all diese Passions, die kommen, wie du sagst, es muss sein, es muss sein, es muss sein, und es muss sein, wenn du nicht mit den 13-meter-Wählen und 90-Miles-an-Hour-Winds auf den schlechten Tagen. Und dir? Also jetzt speziell dieser Film war es nicht, also es war nicht 20.000 Meilen unter dem Meer, aber es war Jules Verne. Es war Reise zum Mittelpunkt der Erde, also es hat mich völlig fasziniert als Kind und gerade so diese unbekannten, vergessenen Welten. Und vielleicht forsche ich deswegen auch so gerne auf Island, wer weiß, weil der Snellfelsnest, der Vulkan, ist ja allen bekannt wahrscheinlich aus diesem Jules Verne-Roman. Und am Ende kommt man ja in der Nähe von Pompeji wieder raus. Also das sind zwei ganz tolle Orte auf diesem Planeten und Island ist faszinierend. Und wir beschäftigen uns mit Unterwasser-Vulkanismus auf dem mittelatlantischen Rücken und heißen Quellen, die dort sind. Also von daher kann man schon sagen, dass das vielleicht eine Verbindung darstellt. Die Romane von Jules Verne und auch 20.000 Meilen unter dem Meer spielen ja mitten in der industriellen Revolution. Und diese wird auch positiv beschrieben. Die Zukunft ist ein toller Ort, ein utopischer Ort, Technologie als Heilsversprechen. Er hat auch ganz viele Sachen in den Büchern genannt, die dann später Wirklichkeit geworden sind. Also er hat ja bereits dann mit Fakten im Grunde gearbeitet und diese verbunden mit Fantasie-Elementen und vieles davon gab es dann im 20. Jahrhundert. Ein U-Boot, das mit Elektrizität quasi sich betreiben lässt, wie die Nautilus oder die Tauchanzüge, mit denen man sich frei bewegen kann, ohne jetzt verbunden zu sein mit dem Schiff. Ich stelle mir vor, dass technologische Innovationen für euch auch ganz, ganz wichtig sind. Was sind so die tollsten technischen Wunderwaffen, mit denen ihr bei eurer Arbeit zu tun habt? Du hast schon den Tauchroboter genannt. Ja, das ist das. Die Tauchroboter, der ROV, der Remotely Operated Vehicle. Wir waren da 5,000 m. Es kann man bis zu 6,000 m. Und wenn man wirklich denkt über die Distanz, 6,000 m. beneath you mit einem Kabel, und ihr habt real-time mit Microscopik auf dem Seafloor. Using kleine Glaspipettes zu beenden zu beenden die Profile in den Sediment und zu transporten und bringen sie zurück in rough sea-conditions ist ein absoluter Game-changer. In den letzten 10 Jahren oder so haben wir mehr und mehr und mehr ist technisch möglich. Menschen sind die Probleme mit 4,000 Fotografie und Film unter Wasser. und 3D generation von Maps und Areas sind wirklich able zu werden die nächsten Tag. Es wird mehr und mehr Aber diese Deep-Sea Robots und diese Deep-Sea Submersibles such as James Cameron werden nur werden cheaper. Sie werden nur mehr available. Diese Tools sind notwendig für Deep-Sea Science. Without that wir haben Dumb Gear if you would the monologue gear that don't require driving or the Boxcorer for example it's a big heavy thing take a chunk of sediment comes up but you can't do anything fine. Sometimes you need a sledgehammer but the R.O.V.E. is a scalpel. Lange fährt noch keine Unterwasserkammer wie haben die das denn damals gemacht wisst ihr das im Prinzip machen wir anteilig unsere Forschung immer noch genauso also man lässt Geräte an einem Draht runter und wenn man heute gibt es noch die Bootsmänner des alten Schlages die dann die Hand an den Draht halten und sagen jetzt ist das Gerät unten es hat gerade vibriert also im Prinzip muss man sich das vorstellen dass man das alles haptisch gemessen hat anhand von Knoten die man dann in Seile gemacht hat und deswegen war das so und so wie Knoten tief und bis vor fünf Jahren gab es ja auch noch das Forschungsschiff Poseidon die hatte auch kein Meter Maß sondern da waren an der Winde Markierungen dran wo dann die Matrosen immer wurde also die ganz alten Schiffe die die hatten das jetzt auch noch bis vor ein paar Jahren aber sowas jetzt die Sonne als modernstes deutsches Forschungsschiff die hat natürlich alles mit automatischen Zählregistern also da sind 10.000 Meter Draht auf der Tonne und die werden dann abgespult und dann zählt das Schiff natürlich im Automatismus und das ist immer noch um das vergleichbar zu haben mit den früheren Forschungspunkten teilweise auch so dass wir dann die Geräte hinter uns herziehen und gucken was dann hochkommt und man hat momentan so eine Mischung zwischen Altbacken also im Vergleich zu historischen Daten dass es auch wiederholbar ist und vergleichbar ist zu diesen bildgebenden Verfahren und wie James schon gesagt hat also Game Changer die bildgebenden Verfahren dass man wirklich das sieht in der Farbe in der Faszination wenn wir so tun als würden wir da unten tauchen in dem Moment wo wir mit dem Roboter fliegen ist das ein ganz anderes Verständnis der Lebenswelt oder des Lebensraums als wenn man etwas Geschlepptes nach oben bekommt und sich nur ja eigentlich bisschen raten kann wie es denn unten lebendig ausgesehen hat Was ist die Phrase von der Szen auf der Schulter von Giants ohne was sie gemacht wir nicht können was wir heute tun und wie Saskia sagt viele die gleichen Prinzipien bleiben die gleiche wir haben einen hohen technischen Computer die uns die vibrate ding Kapitän Kapitän Nemo ja nicht nur ein tyrannischer manischer Kapitän sondern durchaus auch ein ja in gewisser Hinsicht ein Politiker mit einer sozialen Vision der glaubt dass ein Leben unter Wasser besser sei als an Land sicherer sei und sich das im Grunde erhofft ein dauerhaftes Leben unter Wasser und später gab es ja auch Versuche mit Forschungsstation man hat geschaut wie lange kann denn ein Mensch unter Wasser länger leben auch mehrere Wochen in großen Tiefen ist es in irgendeiner Form vorstellbar dass wir irgendwann einmal unter Wasser vielleicht auch leben oder ist es einfach ein Raum in dem der Mensch nicht wirklich leben kann also von Natur aus lebensfeindlich wäre die kurze Antwort die ganz kurze Antwort aber im Meeresmuseum Stralsund oder im Ozeaneum stehend ja auch noch diese Tauchkuppel wo man die Experimente gemacht hat also abwegig ist es nicht auch wieder immer wieder neue Visionen ob das nun vor arabischen Küstenstaaten unter Wasser Hotels sind oder schwimmende segelnde Plattformen wo man was sieht oder auch in Neuverfilmungen ja das ist nicht dass die Faszination ist immer noch da und natürlich ernährt das Meer den Menschen in vielen Küstenregionen ist es die einzige Nahrungsquelle um nicht nur in Küstenregionen die jetzt bedroht sind vom Meeresspiegelanstieg wo das Meer die Lebensgrundlage ist und die Menschen mit dem Meer und vom Meer leben aber unter Wasser zu leben ist eine riesengroße technische Herausforderung und das beginnt schon bei 10 Meter Tiefe also da muss man nicht bis 5000 Meter Tiefe tauchen weil wir alle wissen was Salzwasser mit Metall macht es rostet die Wartung der Geräte ist extrem kostspielig sehr aufwendig und der Mensch ist zwar aus dem Wasser entstanden aber zurück ins Wasser ist verdammt schwer für jemanden mit Lungen also wenn wir keine Lungen hätten wäre das alles total einfach aber das Thema Rohstoffe wurde schon angesprochen Nemo schafft ja da auch so eine Art selbst erhaltenes System wo er nur mit Material und mit Stoffen aus dem Wasser und du hast eben auch schon die Mangan Knollen angesprochen das wird auch ein immer wichtigeres Thema diese Schätze die da noch lauern und eben jetzt nicht das Öl was schon überall abgebaut wird sondern eben diese neuen Rohstoffe selten Erden und was es da nicht alles gibt ja wobei der Kapitän Nemo auch ein bisschen recht hat indem er sagt die Menschheit ist nicht reif dafür also um das mal so ganz provozierend in den Raum zu stellen weil wir beuten da etwas aus dann wenn wir das tun was wir noch gar nicht kennen und als als Biologin schlägt mein Herz natürlich für das große Unbekannte die Geheimnisse im Meeresboden in 5000 Metern oder auch wie James gesagt hat die Mangantnollen selber sind so Mini Inseln in diesen wüstenartigen Sand Ebenen aber das was in dem Sand lebt das sehen wir gar nicht mit bloßem Auge dafür braucht man Mikroskope und mittlerweile sind wir eben so weit dass wir diese Kleinstlebewesen an die Oberfläche bekommen und in einem Quadratmeter Meeresboden sind meistens zu 99 Prozent neue Arten von Kleinstlebewesen die teilweise nur da leben und wenn wir jetzt diese Manganknollen abbauen dann sind die weg und die kommen auch nie wieder und man hat sie vorher aber nicht beschrieben und das ist so ein bisschen dieses ambivalente also natürlich technisch die Roboter sind da die Abbaumaschinen sind da wir könnten es also die Menschheit kann es aber ist es das wert ein we we can make difference now but in term of colonization it will be easier to colonize mars than it will the deep sea because this pressure difference okay Das heißt, wir wandern eher in das Weltall aus als unter das Wasser. Du hast die Kleinstlebewesen angesprochen, von denen ihr auch ganz neue Arten schon selbst entdeckt habt bei euren Forschungsreisen. Nun ist ja die vielleicht berühmteste Szene des Films der Angriff des Riesenkalmas, der die Nautilus schnappt. Als das Buch geschrieben wurde, waren das im Grunde ja noch mythologische Kreaturen, die man kaum gesehen hat. Und auch als der Film entstand, 1954, hat es nur ganz wenige Sichtungen von diesen Tieren gegeben. Erst 2004 wurde das erste Mal ein Riesenkalma fotografiert in seiner natürlichen Umgebung, also ist noch nicht mal 20 Jahre her. Wenn man das so liest und hört, dann denkt man sich, naja, vielleicht gibt es da ja doch noch irgendwo da unten in den tiefsten Winkeln solche größeren Kreaturen. Ist das vorstellbar oder ist das eher wirklich kleinste Mikroben, die man dort noch entdecken würde? Oder könnte es sein, dass da noch sowas in der Art lauert? Well, als a man that truly believes in Nessie in Scotland, you can never be sure on what really is under there. And when you're at sea, there's nothing around you. You see things. And there are some very big stuff. We go down with that robot, you see a giant shadow that's obviously magnified in the light. And you go, hang on a minute, what was that? The Realisticness, of course, we have these large giant squids, but to take down ships, probably not. But we can still dream. Ja, vielleicht sollten wir so ein bisschen nach Japan fahren. Also James Tag ist eins der größten Unterwasserforschungsinstitute im asiatischen Raum. Und da ist die Forschung nach dem Riesenkalmar und die Suche nach dem Riesenkalmar ein hochaktuelles Thema und auch um das Verhalten des Riesenkalmars zu studieren. Diese Tiere gibt es wirklich, sie sind gigantisch. Sie haben ein spezifisches Beuteverhalten, aber es ist wahnsinnig schwer, sie zu sichten. Und dafür braucht man eben gute U-Boote. Die Japaner sind die am besten ausgerüsteten Forscher momentan, was das angeht. Müssen wir uns ein bisschen mehr nach Asien orientieren. Every culture has them. You say we study off the coast of Iceland and they talk about the legendary whales and the Kraken that take down ships or lead sailors to drowning. All these things that stem from a time where there wasn't documentation or this, that or the other. Ja, wir könnten jetzt auch noch isländische Mythen ausgraben, also isländische Sagas der Seemänner. Es gibt einen Wal, der nennt sich Lünböckr und der sieht aus wie eine Insel. Und wenn jetzt die verlorenen Seefahrer denken, sie sind an Land und stranden auf dieser Insel und suchen nach Wasser, dann verwechseln sie leider den vermeintlichen Tümpel mit seinen Augen und stechen ihm mit dem Eimer dann dummerweise ins Auge und dann taucht der Wal ab und nimmt das ganze Schiff mit. Also es gibt überall diese Sagenmonster, die basieren auf Erlebnissen von Seefahrern, die natürlich erzählt haben, wenn sie wieder an Land waren und die Sagas haben schon irgendwo einen Kern. Aber wie viel Wahrheit da dran ist, das bleibt an jedem selbst überlassen. Da möchte ich jetzt noch einmal auf die soziale Komponente an Bord zurückkommen, weil ich mir das unglaublich schwierig vorstelle, wenn ihr da mehrere Monate zum Teil auf einem Schiff seid, wo du sagst, das ist 90 Meter, sind so die größeren Schiffe lang. Das ist jetzt ja gar nicht mal so groß und da läuft man denselben Leuten immer wieder über den Weg und wenn da jemand so knorrig ist wie Kapitän Nemo oder so impulsiv wie Ned Land, die Figur, die Kirk Douglas spielt, dann zehrt das sicherlich auch mal irgendwie an den Nerven, oder? Wie ist das? Ja, man kann das manchmal durchaus als soziales Experiment bezeichnen. Also so 90 Meter Schiffslänge sind manchmal nicht lang genug, aber da muss man mit umgehen können und ich glaube, da macht jeder so seine eigenen Erfahrungen und man muss sich auch so ein bisschen austesten. Also James und ich, wir wissen, dass wir jederzeit wieder zusammenfahren können, weil wir halten das miteinander aus, auch wenn das acht, neun oder zehn Wochen sind. Das funktioniert, aber das geht nicht mit jedem. Ja, ja, du bist ganz geduldig, ich weiß. Ja, wie du sagst, du bist mit dem gleichen... A Sonne ist sehr groß und du bist mit 60 Leuten für zwei Monate. Es ist jemand, die die Universität oder eine große Wege, es ist wie das. Du lernen, zu gehen mit Leuten, du hast eine bestimmte mentality, zu werden, zu sein, um zu sein, um uns zu können, um zu sein, um das lange zu sein. Du hast du ein Weg, um zu arbeiten, um zu leisten, um zu verlieren, um zu haben, aber auch zu stress, um dich zu verlieren, um zu tun, um zu machen und um wieder zu gehen. So, again, people who can't handle that tend not to come back or not to get invited back. Ja, und jetzt momentan die letzten zweieinhalb, drei Jahre kamen dazu die Corona-Richtlinien und soziale Distanz, was uns auch beeinflusst hat bei der Reiseplanung. Also entweder war es eine zehntägige Quarantäne oder es war eine doppelte Impfpflicht und dann eine dreitägige Quarantäne, die ganzen PCR-Tests. Mittlerweile ist es so, dass auch man sich vor Corona an Bord nicht immer schützen kann, dadurch, dass die Flugreisen wieder da sind. Und wenn man dann Corona an Bord hat, ist man zwei Wochen im sozialen Ausnahmezustand. Und dann ist das sozusagen nicht nur die Belastung, dass man mit Maske arbeiten muss und auch hart arbeiten muss, sondern dass man auch dann abends in seiner Kammer mehr oder weniger alleine ist, weil man ja diese sozialen Kontakte vermeiden soll. Und dass dann in dieser speziellen Situation, wo man einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt ist, dann sozusagen diese Schiffsatmosphäre noch dazu. Also das macht es nicht einfacher. Und der Weg jetzt sozusagen zurück zur Normalität, der ist sehr schwer. Ja, und da merken wir, dass es gerade bei den letzten Schiffsreisen auch, was wir hier als Senckenbergreise organisiert haben, man da mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hat. Aber Wissenschaftler sind von Natur aus neugierig und lassen sich gerne auf Experimente ein. Jeder von uns würde wieder fahren. Ja, und es ist also, du sagst, dass du dich auf den Nürnbergreise auf den Nürnbergreise gehst, aber jetzt, wenn wir zurückkommen zu einem Punkt der Normaltie, es wird, once wieder einmal eine der besten Jobs I could imagine doing. Du getest zu meet so viele Leute von so vielen verschiedenen Backgrädern. Und weil der Welt ist wieder nach Corona, es ist so ein internationales Grupp. Und du hast gesagt, der Koch ist der wichtigste an Bord. Definitiv, ja. Ja, und ich ziehe wirklich mein Nicht-Vorpommern. vorhandenen Hut. Wir hatten auf einer Reise im Wintersturm wirklich bis zu 14 Meter hohe Welle. Und wir sind dann noch ausgewichen und da waren die Wellen immer noch so 9, 10 Meter. Und es ist alles durcheinander gefallen in der Kombüse. Es ist alles durcheinander gefallen. Es waren die Regale umgekippt. Es lag das Mehl mit dem Öl, mit den Oliven, mit den Eiern. Es war wirklich das größte Chaos, was man sich vorstellen kann, wenn man so dieses Schiff voll hat mit 100 Personen. Und er hat weitergekocht. Er hat weitergekocht und es war morgens das Frühstück mit Pfannkuchen da, weil man muss ja die Eier benutzen. Die will man da noch essen, bei so einem Sturm, die Pfannkuchen? Und man hat doch ja dann trotzdem Hunger. Und Samstag war noch Eintopf. Eintopf. Ja, Eintopf, genau. Der Eintopf ging auch noch. Ich weiß nicht, wie der nicht rausgeschwappt ist, aber es hat funktioniert. Also Hut ab vor dem Koch und vor der Leistung in der Küche. Dann vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss, beschreibt noch mal, was war so das vielleicht bisher tollste Erlebnis, was ihr hattet bei euren Forschungsreisen? Kann man das nennen? Eine der letzten Entdeckungen. Und eine der letzten Entdeckungen. Da haben wir was, da haben wir was, beides. Also das wirklich Emotionalste war, da waren wir zusammen südlich vor Island. Wir wussten, da ist ein Geothermalfeld. Also rein theoretisch ist vor Island alle 100 Kilometer ein Vulkan unter Wasser. Aber die zu finden, ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Und wir waren so auf 750 Meter Wassertiefe und wir wussten von den Signalen, da muss was sein. Und wir waren mit dem Tauchroboter da unten und ich war in dem Moment im Kontrollraum und die Entscheidung war, tauchst du jetzt runter, da ist eine Fischerleine und wir verheddern uns eventuell und laufen Gefahr, weil das war der Original-Track. Oder gehen wir hoch, weichen der Leine aus und versuchen das anders. Und die Entscheidung, hochzutauchen, brachte in Sicht auf einmal diese heiße Quelle, mit der keiner an der Stelle gerechnet hat. Und so dieser Tauchroboter hat ein Fenster von ungefähr sechs Metern. Und wir haben uns vier Jahre lang auf diesen Moment vorbereitet und haben diese heiße Quelle gesucht. Und als sie dann in dem Scheinwerferlicht aufgetaucht war, das war so ein unglaubliches Glücksgefühl, dass die Daten richtig waren, dass unsere Interpretation der Stelle richtig war, dass wir Tiere gefunden haben, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Genau da. Und genau, das ist James' großer Job. Er wird diese Hydrothermalquelle beschreiben und alles, was da wohnt. Und das ist unser Ziel, dass wir das dieses Jahr publizieren und dass das wirklich dann offiziell ist, dass es dieses Gebiet unter Wasser gibt. Ja, das war wirklich der Moment. Alles, was zu diesem, wie du sagst, die erste Kruise, die wir zusammengefasst haben, wo wir einen gefunden haben und wir nicht diesen gefunden haben. Aber dann haben wir diesen und so viele Last-Minute-Change. Also wir haben den Diveplan geändert, based on the bathymetry hours, und wir hatten nur fünf Stunden Zeit. Wir hatten, da kam ein Sturm. Also wir waren gerade in so einem Loch zwischen zwei Stürmen und die Tauchzeit war exakt fünf Stunden, dann musste das Gerät wieder oben am Deck sein, weil sonst die Wellen zu hoch geworden wären. Und diese fünf Stunden, die waren es. Also das klingt fast so aufregend wie auf der Nautilus, auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum an die beiden? Ja? Wir haben davon, dass Sie Tiere hochholen können. Ich stelle mir das problematisch vor. So ein Leuchtfisch in 5000 Meter Tiefe, der platzt doch, wenn ich den hochhole. Nee, der hat den großen Vorteil, dass der keine Schwimmblase hat. Alle Fische mit Schwimmblase platzen, da haben Sie recht. Aber Fische ohne Schwimmblase kriegen Sie unversehrt an die Oberfläche. Sie leben dann auch noch? Teilweise ja. Ja, ja. Also wir haben auch den, wir haben versucht, die Tiere an Bord zu heltern, auch um das Verhalten zu studieren. Und auch wenn wir jetzt einfach, ich spreche mal von ganz blödem Schlamm, also den Schlamm von unten in ein Aquarium zu tun und zu gucken, wer kommt da raus aus dem Schlamm, sehen wir die Tiere lebend. Und das funktioniert ganz gut bis einer Wassertiefe von 1000 Metern. Da kann man durchaus lebend heltern und kann die Tiere beobachten. Es wird sehr, sehr schwierig, wenn sie dann angewiesen sind auf größere Wassertiefen. Ja, also das ist dann netter für das Tier, wenn es dann oben relativ schnell nicht mehr lebt, als dass man das Tier dann quält, wenn es so lange hochgekommen ist. Also da ist jedes Mal, da blutet einem auch so ein bisschen, dass das ethische Herz, dass man Arten, die noch nie jemand zuvor gesehen hat, hinterher dann doch wieder ins Museum, hier im Senckenberg Museum in die Sammlung tut und sie dann als tote Referenzexemplare da sind. Auf der anderen Seite muss man das immer wieder dann argumentativ entkräften und sagen, wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich die anderen dieser Art nicht schützen, weil dann gibt es sie offiziell nicht. Ich brauche mein Belegexemplar. Das ist eine ethische Diskussion und die jetzt hier zu führen würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen des ganzen Abends, aber ja, das ist uns durchaus bewusst. Ja, die Dame. Ja, der Plastikmüll kann in jeder Tiefe sein. Wir haben das von 5.000 bis 6.000 Meter gesehen und das Kampoon zum Beispiel das tiefe Loch Maloy Dieb, das ist 6.500 Meter am tiefsten und ja, da ist Müllzute, Becksflasche, alles was du kannst finden. Wir haben einen Levi-Jeans gefunden. Das ist alles da, da geht nicht weiter. So, wenn das nicht float auf den oben, dann geht das unten. Ja, die Tiefsee ist eine Müllsammelfalle und keiner weiß, wie er den Müll da wieder hochkriegt. Ja, da gibt es eine große Diskussion am Moment, um die tiefsten Ozean zu spüren. Das ist ein sehr kostlicher und es ist quasi ein Verbrauch von Ressourcen. Das Problem ist, dass es auf der Lande, die es auf der Lande beantragt werden muss. Stopp es, es geht in und dann musst du nicht auf der Lande beantragen. Es ist viel einfacher, dass es hier auf der Lande beantragt werden muss. Noch irgendwelche Fragen, die beiden? Es gibt ja noch andere in Deutschland, weil die Geomar in Kiel. Meine Frage ist, wie ist die Zusammenarbeit? Arbeiten Sie zusammen? Ergänzen Sie sich? Gibt es da Austausch? Weil wir waren damals in Kiel, ich wollte gar nicht mehr weg, da ist gerade ein Fotoschiff eingelaufen. Das war ein Traum. Wie ist da die Gemeinschaft? Auf jeden Fall. Also James ist das beste Beispiel, was hier sitzt. James war gerade zwei Monate ausgeliehen an das Geomar, um das Team vom Unterwasserroboter mit zu unterstützen an Bord. Wir sind bei vielen Forschungsreisen zusammen an Bord. Also wenn das Geomar eine Reise plant, ist Senckenberg mit an Bord. Wenn Senckenberg eine Tiefsee-Reise hat, sind Geomar-Leute mit an Bord. Gerade auch unterschiedliche Disziplinen. Also wir haben ja schon gesagt, Unterwasser-Vulkanologen, Leute, die kartieren, Ozeanografen, die Biologen, die Mikrobiologen. Also jeder hat hier so ein Spezialgebiet und nur indem man auch interdisziplinär, institutsübergreifend zusammenarbeitet, kann man eigentlich das große Ziel verwirklichen. Und da würde ich gerne jetzt das zum Anlass nehmen und einmal auf die UN-Dekade der Ozeanforschung hinweisen. Die hat 2021 angefangen, läuft bis 2030 und hat sehr hoch gesteckte Ziele, zu denen wir hoffen, beitragen zu können mit unserer Forschung. Und das geht auch nur, wenn solche Konstruktionen wie die Deutsche Allianz der Meeresforschung, also ein Zusammenschluss von 15 verschiedenen Instituten, die in einer Allianz zusammenarbeiten, in Projekten, wenn sowas da ist. Also mit geballter Kraft voran für den Ozean. Ja, da sind ein paar Länder, wo competitivität zwischen Instituten ist ein bisschen stärker. Take the USA, for example. Aber hier in Deutschland, wir co-operate sehr gut zusammen. Like you say, Guillaummar, they asked for me to come along. Sengenberg und Alfred Wegener Institute ist ein neues Projekt. Next year, when we go to the Arctic Ocean, we've been cooperating for decades now. And it only makes the scientific work stronger. Sehr schön. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, wir freuen uns auf den Film 20.000 Meilen unter dem Meer, einem der vielleicht größten Unterwasserfilm-Klassiker, einer der ersten Unterwasserfilme in Farbe, einer der ersten Unterwasserfilme im Breitbild-Format. Wir zeigen die vollständige Version. Der Film wurde auch immer wieder zensiert und gekürzt in späteren Wiederaufführungen. Das ist jetzt die vollständige Version von 1954, zweifach Oscar prämiert. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Und wer einen Vergleich ziehen will mit der Stummfilm-Version von 20.000 Meilen, der kommt morgen am besten wieder, wenn Studierende der HFMDK hier live den Film vertonen, den ersten Unterwasserspielfilm der Filmgeschichte. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Interesse. Und viel Spaß. Danke für das. Vielen Dank.